Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Heute Patientin war bei einer Kollegin von mir in der Ernährungsberatung. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ich mache das Thema Ernährungsberatung im Schwerpunkt, manchmal auch multiple Erkrankungen. Aber kommen wir zur Patientin zurück. Ich hatte vor kurzem eine Patientin, die bei einer Berufskollegin von mir war. Die Beratung ist ja nicht immer alles planbar, was so kommt. War total spannend. Und zwar ist es so gewesen, dass der Wunsch der Gewichtsabnahme war. Das hatte die Patientin dann mit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Intervallfasten umgesetzt. Und das hat auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, dass sie ja ein bisschen was abgenommen hat. Aber dann ging es nicht wirklich weiter. Das heißt, sie kam in den Stillstand und es kam hoch, dass sie die Fragestellung dann hatte. Wir haben dann uns angeguckt, was sie gegessen hat, was sie trinkt, was sie isst. Und sie hatte dann erklärt, dass man ihr gesagt hat, sie soll glutenfrei essen. Dieses glutenfrei habe ich sie dann hinterfragt, ob sie da, weil ja das die Erstberatung war, sie eine Zöliakie oder Spu. Also es gibt eine Erkrankung tatsächlich, wo man diesen Kleberei weiß, was viele immer unter diesem Wort glutenfrei kennen, den tatsächlich nicht essen darf, weil man sonst Beschwerden mit Magen-Darm-Trag kriegt. Und das ziemlich doll sogar für alle, die jetzt Zöliakie oder Spu haben. Ich habe immer Hochachtung davor, vor allem, was die Patienten dann wirklich auch umsetzen müssen. Das war bei dieser Patientin aber gar nicht, sondern da hatte man das gesagt, sie möge das doch bitte machen, damit sie Gewicht abnimmt. Und an der Stelle muss ich mal sagen, nee, das ist nicht richtig. Also glutenfrei können wir essen oder wäre sinnvoll, dass der Kleberei weiß nicht in der Mahlzeit ist. Das kennt man dann bei Gluten, seht ihr vielleicht auch, kann man ja im Handel verschiedene Brotsorten und ähnliches kaufen. Also die brauchen sehr viele Produkte, wo das Gluten nicht drin ist. Und das ist nicht immer ganz so einfach, da Produkte herzustellen, die ähnlich schmecken, wie man sie vorher vielleicht mit dem Gluten kennt. Aber für die Gewichtsabnahme ist das jetzt keine Priorität. Und das ist auch überhaupt nicht erklärbar, weil ja andere Strukturen, um Brot herzustellen, auch genutzt werden. Und hier war es so, dass eben noch der Insulinspiegel, also die Insulinresistenz zusätzlich da war. Und wenn ich dann trotzdem Mehl esse, nur kein Klebereiweiß drin ist, habe ich trotzdem veränderte Blutzuckerwerte. Das war der Patientin überhaupt gar nicht klar und wurde auch überhaupt gar nicht erklärt, sondern es wurde nur festgelegt, sie sollen mal glutenfrei essen, dann wäre alles besser. Die Patientin waren natürlich froh darüber, weil A, ist es etwas teurer oder es war einfach vom Geschmack her vor allen Dingen für sie etwas anders. Und wir konnten dann diese Glutengeschichte tatsächlich ändern. Und sie ist dann sozusagen in Mehrkorn-Vollkornbrot eingestiegen und fand das super, mag das auch gerne und hat sich da sozusagen sehr gefreut. Das war die eine Geschichte. Die zweite Geschichte war, dass man ihr noch gesagt hat, sie soll keine Milchprodukte essen. Was natürlich, ja, da habe ich gefragt, was denn der Grund überhaupt wäre, warum sie das nicht essen soll. Ja, man hat ihr gesagt, wenn sie Milch trinkt, ist das alles nicht gut und es wäre nicht gesund und sie würde dann auch nicht abnehmen. Dann habe ich erst mal überlegt, so ja, was ist eine Milch drin? Wir haben Eiweiß, wir haben Milchzucker, wir haben Fett. Und dann haben wir gemeinsam geguckt, ob Milch jetzt überhaupt ein großes Thema ist und sie sagte, nö, mal ein bisschen Milch, vielleicht im Latte Macchiato, aber ansonsten hat sie da gar nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, wenn sie den Latte Macchiato gerne mal mag, kann sie das umsetzen. Die hatte jetzt auch keinen extra Zucker oder so obendrauf, sondern hat tatsächlich nur den Latte Macchiato gehabt. Also auch da die Empfehlung für die Milch. Man muss immer gucken, was macht der Kunde eigentlich und was baut er sozusagen im Alltag ein und welche Priorität ist überhaupt, was die Essensgeschichte angeht, überhaupt auch da? Also welche Prioritäten haben wir und gibt es da überhaupt erstmal ein Problem? Das heißt, an der Stelle Milchprodukte nicht einzubauen, wenn ich sie vertrage, keine Probleme habe und ich mag sie auch, spricht überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Bei der Gewichtsabnahme ist es also möglich, Gluten brauchen wir nicht, haben wir schon gehört, also den Klebereiweiß können wir essen, um den es am Ende geht. Und es ist so, dass die Milchprodukte, wer sie mag, man sie auch gerne einbauen kann. Man muss also immer wieder gucken, was ist wirklich los? Also diese beiden Sachen fand ich sehr seltsam, habe mich dann auch gefragt, warum gibt man Menschen solche Empfehlungen? Ich weiß ja gar nicht, wie ihr das seht, vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was ihr so im Alltag alles lest, hört. Ich meine, es gibt ja gerade in Social Media tausend meiner Berufskollegen, aber manchmal, denke ich auch, ist spannend, was alles erzählt wird. Also man muss immer ein bisschen gucken, glaube ich, was ist wichtig für den Patienten, was kann er für sich umsetzen und was möchte er vor allen Dingen umsetzen. Und wichtig ist auch, dass er eine Erklärung bekommt. Wir sind das sozusagen gemeinsam durchgegangen und die Patientin sagt ja hinterher, ja, wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich das ja gar nicht erst gemacht. Beziehungsweise muss man immer gucken, welchen Grund gibt es überhaupt. Eine Schwierigkeit, die mir dabei vielleicht auch gerade noch einfällt, ist, es gibt in der Ernährung immer ein paar Studien. Es gibt ja auch bestimmte Bücher mittlerweile mit Studien und häufig sind viele Studien tatsächlich auch gar nicht mit so vielen Leuten. Also Langzeitstudien in der Ernährung gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Viele werden überhaupt erst erstellt. Langzeit bedeutet ja auch, dass die über einen sehr langen Zeitraum, also einfach mal drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahre laufen, um überhaupt in der Gesamtentwicklung zu gucken, wie es ist. Und wenn eine Studie an den Markt geht mit irgendwie 45 Leuten oder mit 20 Leuten und man sagt dann nachher, ja, super, deshalb passiert das und das, dann muss man in der Masse der Menschen mal gucken, ist das jetzt richtig. Deswegen ist es auch da immer so, dass man hinterfragen muss, hat das, finde ich, das, was das Ergebnis ist, ist es relevant für den Alltag und ist es vor allen Dingen relevant für den jeweiligen Patienten. Weil wir können ja auch die Ernährungsberatung nicht für alle gleich machen, sondern wir müssen tatsächlich individuell gucken. Zumindest ist das mein Ansatz, Einsatz, mein Einsatz und Ansatz natürlich auch. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus dem Patientenfall. Habt einen schönen Tag, ganz liebe Grüße und denkt dran, schreibt mir in die Kommentare. Den Rest wisst ihr, wie es geht. Ich glaube, ne, plus weg, abonnieren für das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, eure Sandra. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.